leute willkommen zu einem video von mir ja ihr seht ich bin heiser und so sehr halte sogar ich kenne mich ja ich habe den heiler weiter entscheidende oder in Pubertät bin oder so, weil manchmal ist er da, manchmal ist er wieder so, schreib mal in die Kommentare, was du so dabei findest und ähm, ja, schreib mal in die Commentary, ähm, wie meine Stimme so ist, so ob ich in der Pubertät bin oder, was weiß ich, schreib mal in die Commentary, also wie, weil ich soll mich eigentlich nicht glauben wie jetzt, wel, ich schreib mal in Schauwanderer, aber oh mh und da, sodass du begleitet, dann ins Alie masses ja ich will sich nicht wahr lassen und hier leitet es ist die in der Woche vielleicht oder irgendwas zu mir es kann sehr groß sein und und ja ich hoffe das ist schlimm weil das kann ich zu machen ich will es vielleicht jetzt direkt hochladen K um die die Kommentare schreibt die Kommentare wirklich rein ich will einfach nicht die Kaiser und ich wollte grüßen ich grüße ich grüße die Akku ich grüße ich grüße ja das war ja so die Begleitung mein Gott er macht mir Angst er macht mir richtig Angst immer gegen Blütener Gäste da will ich jetzt nicht mehr ja ich frage wann kommst du plötzlich Glocke, Lüster oder? kann man sagen ich Lüster oh Leute was sagt ihr? ja ich gewollt ich bin gerade beim schneiden und ich habe ihn viel aufgedeckt ich habe aus Versehen ein Clip gelöscht Leute ich erkläre euch den nochmal wie findet ihr? findet ihr doof? dass Fallen nämlich Zeitvermodus sind schreibt es in die Kommentare und bin ich heiser oder bin ich nicht heiser ich weiß es jetzt oder bin ich in einer Pubertät ich weiß es der richtig liegt und die meisten Likes hat wer Moderator von mir und ja Leute teilt den Stream mit euren Freunden und ja ich weiß nicht was ich noch mehr sagen würde Ciao bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020